Musik Herzlich Willkommen zur Glaubenskunde. Wir wenden uns einem immer wieder neu aktuellen Thema zu, Zeitgeist und Heiliger Geist. Wie erkennen wir den Zeitgeist im Licht des Heiligen Geistes? Was ist der Zeitgeist? Und ich steige ein, indem ich zwei geistige Großmächte uns vor Augen stelle, die die ganze Menschheitsgeschichte prägen, seitdem es Menschen gibt. Die Geistesgeschichte, könnte man sagen, wird bestimmt von den zwei Mächten Sünde und Gewissen. Dass der Mensch sündig ist, das wissen wir, wenn wir ehrlich sind mit uns selbst und wenn wir einen realistischen Blick in unsere Zeit werfen ohnehin. Dass wir ein Gewissen haben, das wissen wir auch. Und die Bibel bestätigt beides. In 1. Mose 8, 21 hören wir schon die Diagnose Gottes. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und im Neuen Testament sagt es Paulus etwas anders. Im Titusbrief, Titus 1, Vers 12. Die Kreter sind immer Lügner, böse Tiere und faule Bäuche. Eine sehr drastische Analyse, die ja bestimmt nicht nur auf die Kreter zutrifft. Die Sünde, eine geistige Großmacht. Und die andere Großmacht, das Gewissen. Das Gewissen, das Gott jedem Menschen eingegraben, eingepflanzt, in die Gene versetzt hat. Paulus sagt es so schön im Römerbrief, im 2. Kapitel, Verse 14 und 15. Auch bei den heidnischen Völkern, ich verwende eine neuere Übersetzung, ist Gottes Gebot wirksam, obwohl es ihnen nicht gegeben ist. Aber ihr Verhalten zeigt, dass die Forderungen des Gesetzes in ihr Herz geschrieben sind. Und das beweist auch ihr Gewissen, dass sie anklagt und verteidigt. Römer 2, Vers 14 und 15. So können wir im Grunde genommen die Menschheitsgeschichte oder die Geistesgeschichte als einen Kampf zwischen Zeitgeist und Gewissen deuten. Der Zeitgeist formuliert immer wieder neu die Regeln des menschlichen Zusammenlebens, beginnt hoffnungsvoll und oft auch wirklich anerkennenswert und entwickelt sich doch meistens dann doch hin zum Schlechten. Und diese kleine Grafik zeigt, wie sich Zeitgeist immer wieder zum Negativen hin formiert. Und das können wir doch überall beobachten. Da wird eine Ehe gegründet und man bespricht die Regeln des Zusammenlebens, das Geld ausgeben, die Kindererziehung, den Freundeskreis und meint doch eine gute Grundlage zu haben für die Zweisamkeit. Eine Gruppe, ein Verein gründet sich, gibt sich eine Satzung oder ein Volk gibt sich eine Verfassung. Und immer wieder wird das Gewissen natürlich dafür sorgen, dass man auch an den anderen denkt und eine stabile Lebensgrundlage für die Gemeinsamkeit schafft. Und immer wieder erleben wir es, dass sich die besten Verfassungen und die besten Grundsätze mehr oder minder in nichts auflösen. Im Zuge der Zeit nimmt der Egoismus zu. Lüge, Bosheit, Faulheit, um nochmal diese drei Begriffe aus dem Titelsbrief zu verwenden, setzen sich durch. Und was in Sprüche Kapitel 14 Vers 34 steht, ist eine Realität. Die Sünde ist der Leute verderben. Ja, ganze Völker und Kulturen gehen daran zugrunde. Andererseits ist es immer wieder Gnade Gottes, wenn es einen Neuanfang gibt. Wenn Einzelne aufstehen, in ihrem Gewissen wach geworden und sagen, Leute, so geht es nicht weiter. Wir brauchen einen Neubeginn. Ich denke an die Reformation, an die Reformatoren, die unter Berufung auf ihr Gewissen diesen Neuanfang bewerkstelligt haben. Und mit der Hilfe Gottes natürlich. Dass sie neu an die Gebote Gottes dachten. Und dass sich das Gewissen neu Geltung verschafft hat und ein Neuanfang möglich war. Wie stehen wir als Christen dem Zeitgeist gegenüber? Wir leben ja in dieser Zeit und wir leben natürlich auch in den gesellschaftsprägenden Bewegungen, die man eigentlich Zeitgeist nennen könnte. Und da gefällt uns manches nicht. Aber wir müssen realistischerweise zugeben, wir können die Welt nicht verbessern. Warum nicht? Weil wir die Sünde nicht aus der Welt schaffen können. Sie begleitet das menschliche Zusammenleben und jeden Einzelnen von Geburt an. Aber, und das wollen wir festhalten, wir können in der Kraft des Heiligen Geistes, ich zitiere jetzt den Philippabrief, Kapitel 2, Vers 15, unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht Lichter in der Welt sein. Und wir können Salz der Erde sein. Und den Trend des Zeitgeistes, der immer wieder zum Schlechten, zur Verderbnis führt, zur Feuernis, den Trend ein Stück aufhalten. Und manchmal, wenn Gott Gnade gibt, dürfen wir Christen sogar den Zeitgeist prägen. Das ist immer wieder geschehen. Ich will nur drei Beispiele nennen. In der alten Kirche haben Christen es verstanden, mit Gottes Hilfe, dem Lebensrecht der Ungeborenen Geltung zu verschaffen. In der Reformationszeit wurde die Bildung neu auf den Thron gehoben. Was haben sich die Reformatoren nicht für Mühe gemacht, Bildung in das Volk hineinzutragen? Und im 19. Jahrhundert war es die Diakonie, wo Christen wieder zeitgeistprägend wirken konnten, wirken durften. Drei Bilder sollen uns das veranschaulichen. Der Lebensschutz, der Einsatz für die Bildung und die Diakonie. Wir sehen hier, wenn wir genau hinsehen, das japanische Kaiserpaar. Die waren 1993 in Deutschland. Und die Kaiserin wurde gefragt, was sie gerne besonders sehen möchte. Und sie wählte Bethel. Hatte sich doch der diakonische Einsatz dort bis nach Japan herumgesprochen. Nun sagte ich, dass wir alle in den Zeitgeistprägungen drinstehen und dass wir die zur Kenntnis nehmen müssen und dass wir sie natürlich auch analysieren sollten. Und ich wähle vier Zeitgeistprägungen, die die letzten Jahrhunderte bestimmt haben, aus und führe sie uns vor Augen und in Erinnerung. Erstens den Humanismus. Eine gute Ausgangsidee. Humanismus, da steckt der Mensch als Individuum drin. Man hat den einzelnen Menschen neu entdeckt. Wie wunderbar hat Dürer seine Mutter gezeichnet mit all ihren einzelnen individuellen Zügen. Das war positiv. Aber es kommt ein Gefälle, der trennt zum Negativen, setzt sich durch. Der Mensch macht sich zum Maßstab aller Dinge, erlöst sich von Gott. Das humanistische Menschenbild geht von einem guten Kern im Menschen aus und setzt sich damit natürlich vom biblischen Menschenbild ab. Das Bildungssystem geht von der Formbarkeit des Menschen zum Guten aus. Und alles in allem müssen wir doch diesem einen Spruch recht geben. Ich weiß gar nicht, wer den mal formuliert hat. Franz Krillparzer vielleicht. Humanität ohne Divinität wird schnell zur Bestialität. Wenn der Humanismus, der edelste Humanismus beginnt, ganz ohne Gott auskommen zu wollen, ganz aus sich heraus die Werte zu definieren, dann tendiert er doch sehr schnell zur Maßlosigkeit oder krass ausgedrückt zur Bestialität. Nehmen wir zweitens den Rationalismus, der bis heute natürlich das Denken vieler Menschen, besonders im westeuropäischen Kulturkreis, prägt. Auch wieder eine verständliche, nachvollziehbare Ausgangsidee. René Descartes, gestorben 1650 und hat gesehen, wie sich die Menschen gegenseitig im Namen der Konfession, im Namen des christlichen Glaubens kaputt gemacht haben. Und der wurde skeptisch gegenüber all den Autoritäten, die bisher in Geltung standen. Man kann es nachvollziehen. Aber auch der Rationalismus gerät in ein Gefälle hinein. Die menschliche Vernunft macht sich selbst zum letzten Maßstab. Was ich nicht denken kann, kann keine Autorität für mich sein. Der Mensch löst sich von Gott und von Gottes Wort. Und er kommt auch nicht mehr auf die Idee, dass das Christentum eine Erneuerung des Denkens schenken kann. Und das Weltbild verengt sich auf das bloß empirisch Fassbare. Das sind alles keine günstigen Folgeerscheinungen. Gehen wir drittens in eine andere Zeitgeistprägung hinein, in den Neomarxismus. Auch seine Ausgangsidee ist nachvollziehbar. Der Mensch soll befreit werden von Fremdbestimmung. Max Horkheimer, Jürgen Habermas. Aber auch er gerät in ein Gefälle hinein, weil nun das Gegenteil von Fremdbestimmung, die Selbstbestimmung, auf den Thron gehoben wird. Die Selbstbestimmung wird zur beherrschenden Ideologie im westlichen Kulturkreis. Der Mensch verliert ohne die Anerkennung von Autoritäten aber, und das muss man nun wirklich sehr kritisch anmerken, die Geborgenheit, die Lebensgeborgenheit. Und wenn er keine Vorbilder mehr anerkennt, weil er nur noch sich selbst als Vorbild hat, verliert er innere Entwicklungschancen und er büßt Gemeinschaftssinn und Gemeinschaftsfähigkeit ein. Nehmen wir noch viertens den Evolutionismus. Auch hier ist die Ausgangslage nachvollziehbar. Darwin, gestorben 1882, wollte gern ein Erklärungsmodell für die Entstehung der Lebewesen und des Lebens auf rein naturwissenschaftlicher, empirischer Grundlage finden. Kann man nachvollziehen. Aber das Gefälle steht deutlich uns vor Augen. Der Glaube an Gott, den Schöpfer, verkümmert. Der biblische Schöpfungsbericht wird unglaubwürdig. Und stattdessen wächst ein anderer Glaube. Ein Glaube an die Weiterentwicklung und Höherentwicklung der Lebewesen und des menschlichen Geistes. Es soll alles immer vollkommener werden. In Klammer, ich merke nur nichts davon. Und was auch negativ ist, das Geschichtsbewusstsein lässt nach. Geschichte wird entbehrlich, weil sich ja sowieso alles nach oben entwickelt. Ich ziehe ein kurzes Zwischenfazit. Diese vier genannten neuzeitlichen gesellschaftsprägenden Geistesströmungen gründen alle auf sinnvollen Ausgangsideen. Aber sie verderben im Zuge ihrer Weiterentwicklung. Alle wollten sie Wohltaten und Befreiungsschläge sein. Aber sie führen alle zur Abwendung von Gott. Sie führen in Denkblockaden zur Steigerung des Egoismus und zu gottlosen Utopien. Und die einzige Gegenkraft des Gewissens ist ja nun auch manipulierbar. Das muss man realistischerweise zugeben. Und wenn es nicht eine Möglichkeit gäbe, dass der menschliche Geist sich wirklich regenerieren kann, müsste man sehr pessimistisch die weitere Menschheitsentwicklung sehen. Nein, es gibt diese Regenerierungsmöglichkeit des Geistes durch die Begegnung mit dem Heiligen Geist. Es gibt tatsächlich die Möglichkeit, das Leben sinnvoll zu gestalten und zu meistern in der Kraft des Heiligen Geistes. Um das zu ermöglichen, um das zu praktizieren, muss man natürlich sich einigermaßen zurechtfinden im Gefälle des Zeitgeistes, so wie Paulus das ja auch probiert hat. 2. Korinther 10, Vers 4 folgende, spricht er von seinem Kampf gegen die unsichtbaren Kräfte und Mächte, die damals die Zeit zu bestimmen versuchten. Er spricht davon, dass er den Hochmut durchschaut. Er spricht davon, dass er die Waffenrüstung Gottes anlegt. Und dass er die Anschläge auf die Wahrheit Gottes gefangen nimmt und Christus unterstellt. Sehr selbstbewusste Worte. Aber sie geben doch die Richtung auch für uns an. Und ich erinnere an Epheser 6, 16 folgende, an die Waffenrüstung Gottes, die wir einfach brauchen, um den Zeitgeist zu durchschauen. Haltet den Glauben als euer Schild fest, womit ihr die Brandpfeile des Satans abfangen könnt. Und die Hoffnung auf Rettung ist euer Helm. Und das Wort Gottes ist euer Schwert. Also, wir sind ja nicht waffenlos und schutzlos. Nein, der Heilige Geist ist in der Lage, uns unsere Zeit zu erklären, den Trend und die Gefahren des Zeitgeistes zu erkennen zu geben. Nun bleibe ich aber nicht bei der Diagnose stehen. Es gibt zum Glück Alternativen. Christliche Alternativen zum Gefälle des Zeitgeistes. Wir sind dem Zeitgeist nicht schutzlos preisgegeben. Besonders nicht dort, wo er sich zum Negativen hinwendet. Wir haben dem Humanismus etwas entgegenzusetzen. Dem Rationalismus, dem Neomarxismus und dem Evolutionismus. Und das möchte ich jetzt noch anhand einiger Beispiele uns mit auf den Weg geben. Wir können dem Humanismus mit seinem utopischen Menschenbild, das realistische, biblische Menschenbild entgegensetzen. So wie Luther es getan hat in seinem geistigen Kampf gegenüber Erasmus. Indem er das behauptet hat und im Grunde genommen nichts weiter getan hat, als das biblische Menschenbild neu auf den Thron gehoben hat. Der Mensch ist nicht gut. Gute Vorbilder und gute Erziehung machen ihn auch nicht gut. Er braucht täglich Gottes Gnade in Gestalt des Evangeliums und der Sakramente. Er bleibt Sünder und darf sich dennoch der Sündenvergebung gewiss sein. Und der Glaube entzündet in ihm immer wieder neue Liebe und gute Werke. Das ist ein brauchbares Menschenbild, mit dem wir wirklich bestehen können und auch argumentativ unseren Lebensstil begründen können als Christen. Und wir haben auch gegenüber dem Rationalismus etwas zu sagen. Denn der Glaube, der erkennt die Begrenztheit unseres Denkens und führt das Denken gleichzeitig zu einer Horizonterweiterung. So wie Paulus vor dem Stadthalter Felix es sagte, ich glaube allem, was geschrieben steht im Gesetz und den Propheten. Apostelgeschichte 24,14 Und Paulus war ein Denker und er hat sein Denken inspirieren und erweitern lassen durch das Wort Gottes. Und wir falten fest, nicht die eigene Vernunft macht frei von Irrtum und Verführung, so wie Rationalisten das meinen, sondern das vorbehaltlose Vertrauen in das Wort Gottes. Und der Heilige Geist wird unser Denken erweitern, freimachen von allen ideologischen Vorurteilen. Und der Neomarxismus mit seiner Selbstbestimmungsideologie, der den Menschen in die Vereinzelung führt, findet ja nun auch bei uns Christen eine Antwort, indem wir uns besinnen auf die Stiftungen Gottes, auf die gemeinschaftsfördernden Stiftungen Gottes in Ehe und Gemeinde. Denn wir alle brauchen doch Grunderfahrungen von Treue, Heimat und Geborgenheit. Wir alle brauchen gelingende Gemeinschaftsformen. Und so kann die Ehe doch immer wieder neu ein Vorgeschmack auf den Himmel sein. Und die Gemeinde ebenso. Weil es dort ein Nehmen und Geben gibt und weil sich keiner in den Vordergrund stellen muss. Und weil der Heilige Geist überall als Helfer dahinter steht und zur Gemeinschaft verhilft. Und das Letzte. Ja, wir haben auch eine Antwort auf den Evolutionismus. Ich erinnere mich sehr gern an Professor Walter Smith, als ich Studienleiter in Krelingen war. In den 80er Jahren habe ich ihn öfters zu unseren Studenten geholt. Und er sagte, Jesus war bei der Schöpfung dabei. Gott hat doch durch ihn die ganze Welt gemacht und er muss es wissen, wie es war. Und er hat mir durch diese Überzeugungskraft und durch diese Argumente den Blick für den Schöpfungsglauben eröffnet. Ja, und was wir im apostolischen Glaubensbekenntnis bezeugen, das ist es doch, dass wir an einen Schöpfergott glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Lasst uns auch den ersten Glaubensartikel wieder neu entdecken und ernst nehmen. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018